so sehr nur meines willens dass ich das halt mit den zehn minuten einfach habe also plus ein zwei minuten ist ja nicht tragisch aber da weil ich hatte ja sowieso angekündigt immer so zehn minuten zu machen ist ja auch gut ich mache ja dann halt mit längere sozusagen das länger gezogen hier alles auch die kann ich sogar schon machen hier die ms transformatoren machen mal bitte vier stück danke er will ich denn noch die hs machen brauche ich denn die hs transformatoren eigentlich rein gesehen eigentlich nicht kann er denn gold kabel kosten schaue ich gerade mal die gold kabel kann der kraften da habe ich ja doch schon ein bisschen viel gemacht genau die hs die kann ich jetzt muss ich dem eigentlich beibringen die noch richtig die können wir dem mal beibringen da brauche ich für dies da reichen auch wenn ich dem drei gebe ok dann gebe ich dem hochspannungskabel und dann soll er drei davon köften 10.000 eisen da können wir auch mal ein bisschen von abgewinn und hier müssen noch einschmeißen rein so auf eisen und ua bar war mit da sind brauche ich wieder zwei stück für jetzt mal die kodieren danke kabel 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 seite zwei da sind und dann soll er mir einmal kabel machen und aus dem kabel mache ich diese vierfachen und dann kann diese großen auch herstellen dann machen wir die großen dazu brauche ich den den und den alles klar kriegen wir dahin weil die vierfachen sind doch meist immer oben hier genau dazu brauche ich zwei stück davon ein crystal ein ms ein crystal und ein ms müsste doch gleich irgendwo auftauchen euch die jetzt hingetan nein und die anderen heißen energy crystal die kann ich noch gar nicht machen komisch ich dachte ich hätte die schon eingespeichert einmal und irgendwie hängt mein mein kabel so weit weg jetzt ist besser jetzt habe ich wieder zig meter kabel mehr hier rumfliegen moment so ich kann keine energie crystal zu machen genau energie crystal energie gehen wir noch mal ein okay dazu brauchen wir diamanten haben wir so unter da ist es einmal so einmal so gut hier danke energie crystals sie könnten die kann aber hier Da sieht es ja gut aus. So, wenn wir jetzt ein Energy Crystal können, dann können wir uns eigentlich alles herstellen. Einmal hole ich da ein, danke, ein davon, ein MS, ein da und davon und ein, nein, nicht das, sondern ein Electric Circuit, so, curve mal bitte ein. So, das köfte ich jetzt nicht per Hand, das speichere ich jetzt mir erstmal ein. Lernen, codieren, danke, so, und jetzt können wir auch, glaube ich, die, das darf ich nicht lügen, sondern die HV, oh, ne, High Voltage sind die, ja, so, Medium Voltage. Und dann die großen zusammenköften. Mal gucken, wie lange der für Medium braucht, wenn ich, ob ich dem Medium eigentlich eingespeichere habe. Medium, da sind sie doch. Machen wir da bitte mal, wenn es teuer ist, acht Stück. Was macht der denn jetzt als erstes? Okay, er hat zumindest noch alles an Material da. Das kann ich nicht abstreiten. Das geht auch verdammt schnell ab hier. Da, 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 da siehst du noch, kraft, 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 kraft. Jetzt hat er schon drei Leute Voltage, mal gucken, wie lange er für acht braucht. Ja, passt, dann macht er alles. Er macht jetzt, glaube ich, dann ein Medium, genau. Ja, dann kann er noch craften in der Zeit. Wir schauen mal in der Zeit, wie die Bienen sind. Also, ich lasse jetzt den Modus Tag noch an, damit ich einfach ganz so ruhig bauen und spielen kann und nicht in der Tag hier rumgammeln muss. Das ist ja nicht schlimm, dass ihr unbekannt seid. Das kann mir auch ruhig recht sein. Schauen wir mal eben. Arbeitssame. Ah, Rocky, Arbeitssame. Jetzt hast du denn was erreicht? Nein, leider nicht. Du, auch nicht. Beide nix erreicht. Ist aber richtig, wenn ich jetzt nachgucke, mal hier so. Ja, ich brauche nämlich die Toleranten und die Toleranten muss ich später nochmal mit der Rocky köften. Dauert nun alles seine Zeit. Hier sind sie nicht. Wo hab ich sie denn? Aha. Ich komm mal auf falsche Tasse hier mal. Ich brauch doch nur E drücken. 1, 2. Komm, dann gibt es hier nochmal eine Runde Bienen für euch. Und da ist eigentlich direkt der Recycler. Achso. Ähm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr den Mod habt und ihr sucht Schmetterlinge. Einfach nur Schmetterlinge. Und wollt Schmetterlinge. So viele haben wir wollt. Baut einfach ein Loch. Baut euch einfach ein Loch. Und dann geht ihr hier unten hin. Und holt euch die ganzen Schmetterlinge, die auf dem Boden sind. Die können nämlich nicht hochfliegen. Die fliegen ins Loch rein und können nicht mehr hochfliegen. Und ihr könnt euch die einfach hier ganz schnücklich einfach hier weg holen. Es sind nicht immer viele. Manchmal ist der ganze Boden voll, manchmal auch nicht. Das seht ihr dann. So. Weil die haben nämlich das Problem, die Schmetterlinge. Einfach nicht, dass sie nicht hochfliegen können. Und wir können uns den Vorteil ziehen und holen uns einfach die ganzen Schmetterlinge. Guck mal, selbst bei denen ist irgendwo irgendwo einer da oben. Ah, den werde ich wohl nicht kriegen. Na, wenn die wieder ins Loch reinfallen, hol ich sie mal einfach und dann ist gut. Ich glaube, davon habe ich aber auch alle. Glaube ich mal mittlerweile, dass ich fast alle Schmetterlinge habe. die es so gibt hier. Gucken wir mal. Oben einer in eine Ecke taucht. Den habe ich nämlich noch nicht. Da tauchen wieder welche auf. Oh, das ist jetzt falsch. Den habe ich zum Beispiel nicht gehabt. Den habe ich zum Beispiel nicht gehabt. Und den auch nicht. Seht ihr da? So kann man das einfach abstecken, welche Schmetterlinge man noch gar nicht hatte. Ich hatte aber schon viele. Oh, viele habe ich. Seht ihr da? Das ist wie gegen Ausmaß, was an Schmetterlingen da heißt. Wo ist denn das denn die für Bienen hier? Wann das jetzt die ich weg machen konnte oder nicht? Ich glaube nicht. Das waren die, die ich behalten sollte. Ah, die Uhr schaltet gleich wieder ab. Wird es jetzt dunkel oder hell? Da habe ich gar keinen Sinn für die Uhr gerade. Ja, die kann weg. Die brauche ich nicht. Warte mal, wie viel holt denn das High Voltage raus? Das weiß ich gar nicht. Habe ich denn irgendwo ein einzelnes High Voltage rumfliegen? Ich glaube, mich zu ändern da. Warum ist denn das denn da? Achso, das kann ich ja genauer zusatzschalten. Es verbraucht gerade keine Energie, dann ist sie irgendwo voll. Dann ist da voll. Richtig, da ist voll. Richtig. Richtig. Richtig.